aktuell bin ich am busladen später geht es noch zu einem kumpel den hole ich ab dann gucken wir mal was die session so bringt hier sind meine waffen der black bullet in der größe 20 und 28 darunter den white tiger nut 20 und daneben glm 20 und 24 sind meine waffen für diese session so bin jetzt auf dem weg zu einem kumpel den hole ich jetzt ab und dann verladen wir den bus die ganzen einkäufe haben wir gestern schon erledigt weil er heute sonntag ist und jetzt schauen wir mal ob man einige fische fangen können das wetter spielt mit ab und zu regnet es wieder die nacht kühlt auf 15 16 grad runter aktuell tagsüber ist es schwül sauerstoff kommt ins wasser der luftdruck passt ja und jetzt holen wir unseren kumpel und dann halten wir euch wieder auf dem laufenden gleich bei meinem kumpel angekommen schauen wir mal ob der schon ready ist das zeug steht auf jeden fall schon draußen da ist er ja unser kollege na bist du ready teckel steht schon bereit für jetzt natürlich tunaberry und mango cherry setzt er na gut dann laden wir mal den bus sein würde ich sagen oder machen wir so abfahrt so dann gehen wir jetzt einmal auf unsere köder ein die erste montage habe ich schon hergerichtet das ist der 28er black bullet boyley von bullet baits das ist die erste montage bei der zweiten mit den glm force 24 hookbait den montier jetzt mal für euch das ist dann meine zweite montage zweimal multi rick und mantel das vorfach genau schauen wir mal ob die köder fisch bringen ich mich kurz auf meine montage neige ich habe mich heute beide male für die rick entschieden das vorfach material verwendet ihr mantels vorfach in dem fall als camo von kora in der stärke 30 lip dabei habe ich die ersten beiden zentimeter vom vorfach material habe ich die mantelung abgenommen dass der haken frei beweglich ist das haken verwende ich ein wide gap x in der größe 4 ebenfalls von kora dann zu den köder ich habe mich bei der einen montage für einen mango cherry beulie entschieden in der größe 20 mm und im anderen vorfach habe ich mich für ein scopex cream hookbait entschieden in der größe 24 mm ich zeige euch noch kurz wie das ausschaut so fischen wir das und jetzt hoffen wir dass unser plan aufgeht der erste fisch ist eingetroffen zwar kein zielfisch aber ein wunderschöner nervling oder arland wie manche nennen so kann es los gehören petri danke josef am drillen der mango cherry hat zugeschlagen fisch Nummer 2 ja josef petri ja josef dickes petri zum schubmann petri danke fisch Nummer 2 das ist Nummer 2 auf mango cherry so den lassen wir jetzt wieder schwimmen oder und dann gute raus auf jeden Fall so mittlerweile haben wir es Ferien in der Früh ein paar Stunden nachdem wir die Router neu gelegt haben wir es jetzt dasselbe Router wieder abgelaufen wieder auf den mango cherry das mal wieder ein kleiner Schuppi genau so jetzt läuft es Petri Petri danke Petri bei folgender situation habe ich bei meiner munter einen Umlenker eingebaut, dass ich die Hauptschnur vom Wasser heraus habe das meiste und dann geht die Schnur mehr über das Kraut zu meinem Spot. Und links von mir ist das Kraut schon wieder einigermaßen besser. Da läuft die Route, wo nebenan liegt. Schönen guten Morgen beim Sonnenaufgang kommen die Fische. Der hat richtig Dampf. So, einen wunderschönen guten Morgen im Sonnenaufgang. Da ist eine kleine Kugel abgelaufen. Wieder auf GLM24. Ja, hat sich im Krautwest gesetzt, haben wir jetzt geholfen. Da läuft hinten noch die ganze Suppe raus. Aber Fisch ist Fisch. Setzen wir jetzt wieder zurück. Dann geht die Route wieder raus und dann schauen wir, ob wir die nächsten Fische fangen. Schönen. Petri. Petri Dog. Schönen. Schönen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt haben wir umgestellt, der Black Bullet Popup, Handvoll Wild Tiger Nuts, Murmeln umdrauf in der Größe 15, ja und da ist der schöne Schuppi weggelaufen, Plan geht auf, tagsüber umstellen, ein Poppi, den lassen wir jetzt wieder schwimmen und dann bringen wir die Routen gleich wieder raus, läuft. Abwech! Abwech!